Guten Morgen Leute, was geht ab? Willkommen hier bei einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute mal ein bisschen anderes Intro. Ich habe mich in den Bohrradanzug geworfen. Ich hatte ja die letzten Tage hier etwas mit Magenproblemen zu kämpfen, Magen-Darm-Beschwerden, also drei oder vier Tage gar kein Training gehabt. Wirklich eine reinste Katastrophe. Heute halte ich es nicht mehr aus, es ist noch nicht richtig weg. Ich hoffe es wird kein falscher Ehrgeiz sein. Heute schwinge ich mich aufs Rad für eine Stunde. Warum aufs Rad und nicht laufen? Weil einfach die Toilette einfach hier in der Nähe leichter zu finden ist, falls da irgendwas schief geht. Egal, heute nehme ich euch trotzdem mit. Heute auch ein wichtiges Spiel. Wieder bei Delay Sports. Ich nehme euch mit über den Tag und viel Spaß beim Video. Lasst gerne jetzt schon mal ein Like, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und let's go. So Leute, die ersten 15 Kilometer geschafft. Fühlt sich gut an eigentlich. War auch gar nicht so wild jetzt rum. Alles ganz entspannt. Fühlt sich gut an. Ich achte jetzt auch nicht auf die Wattzahlen. Mal trete ich mehr, mal weniger. Für mich geht es jetzt einfach nur darum, wie mein Magen sich verhält. Ob ich ja eine Stunde einfach durchgehend radeln kann, ohne dass mein Magen Faxen macht. Und ja, aber läuft gut. Stunde Radfahren ist um. 33 Kilometer sind es geworden. Hat sich gut angefühlt. Magen hat keine Probleme gemacht. Ich denke, jetzt kann ich langsam wieder ins Training einsteigen. Morgen auch neuen Lauf machen. Und ja, ich zeig euch mal die Ergebnisse jetzt hier von der Stunde Rad. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich gehe jetzt auf jeden Fall duschen. Und später geht's dann zum Delay-Spiel. Da nehme ich euch natürlich mit. So, das kam dabei raus. 33,4 Kilometer in einer Stunde eins. Lief gut. Aber das war die rote. Ich bin jetzt hier live bei Twitch. Der Chat ist auch schon da. Ich streame jetzt noch kurz eine Stunde, bevor es dann zum Delay-Spiel geht. Der Tipp heute 4-1 für Delay natürlich. Ich denke, wir machen es heute trotzdem. Der Gegner soll gar nicht so schlecht sein. Und genau, wir sehen uns dann später auf dem Platz. Bis dann, ich streame erstmal weiter. So, Leute. Für mich geht's jetzt ab zum Delay-Spiel. 60 Gramm. Cinema Serial habe ich mir auch eingepackt. Ich hole jetzt She-Up ab. Dann fahren wir zum Spiel. Das Wetter ist eine reine Katastrophe. Aber egal. Mal gucken. Ich hoffe, es wird trotzdem ein gutes Spiel. Hauptsache wir gewinnen. Ganz wichtig. Wir sind ja nicht aus Zucker. Was geht, Bruder? Wie geht's hier? Alles frisch und bei dir? Was sagst du? Heute wird ein Win geholt mal wieder gegen diese Filme. Ja, ja. Guck dir das Wetter an. Katastrophe. Was sagst du? Ich habe gesagt 4-1. Ich sag, willst du es hören? 10-0. Die wollen wir heute weghauen. Ja? Die wollen wir heute richtig wegkloppen. Schrupf, Alter. Okay, Digger. 10-0 ist super. Es soll immer mehr sein, als ich sage. Die ist auf jeden Fall schon sehr voll. Was geht, Jungs? Alles gut. Hallo, hallo, hallo. Was? Oh, nee. Ich komme nicht. Das ist alles nur Fake, Leute. Alles nur für die Kamera. Ich habe mich schon lange nicht mehr gewogen. Das letzte Stand war 121. Ich wiege mich erst mal kurz vor Weihnachten. Warum? Ich habe eine Wiegophobie. Ich schwöre dich. Ich habe Angst, mich zu wiegen. Habe ich über die Jahre aufgeworfen. Ja, ja. Ich habe immer Angst, mich zu wiegen. Total. Nee, das ist jetzt kein Spaß. Das ist wirklich so. Ich hatte immer Probleme gehabt mit meinem Wiegen und den Profizeiten. Und du weißt gar nicht, was ich gemacht habe, zu wiegen, Junge. Ich war drei Stunden in der heißen Badewanne und so, mein Kilo zu verlieren. Ich wusste, Donnerstag musste ich mich wiegen, um das Gewicht zu haben. Oder Montag war frei, Dienstag war Wiegetag. Ich habe Montag reingeballert. Ich bin Dienstag früh um 6 Uhr in die Sauna gegangen. Habe ich dieselbe angemacht im Hotel Neptun. Ja, die haben um 7 Uhr auch gemacht. Ich bin schon hinten, habe angemacht und erst mal anderthalb, zwei Stunden in die Sauna gegangen, damit ich mein Gewicht habe. Servus. Ich musste ungefähr zwei Kilo oder so, ne? Ja. Bro. Ich habe Folie genommen, um alles rum mich so hingelegt, in mein Bett so probiert zu schlafen. Boah, ich bin dehydriert fast. Ich bin morgens aufgeworfen, hatte kein Wasser mehr, weil ich habe geschwitzt. Ja, safe, safe, safe. Das machen ja auch Boxer, daher habe ich das. Oder sowas habe ich gemacht, um mein Gewicht zu haben und so, ja? Selbst dann habe ich so eine Probie gegen das Ding aufgebaut. Ich habe richtig, richtig Stress. Wenn ich Waage höre und so, habe ich richtig Stress. Waage steht bei mir auch in der letzten Ecke. Aber, Bruder, für mich musst du dich einmal ab und zu wiegen, Bruder. Ich woch's nicht. Ja, das kann ich machen. Einmal musst du dich draufstellen, Dick. Alle zwei Wochen musst du dich einmal draufstellen. Ja, das kriege ich hin. Ich wiege mich nächste Woche nochmal. Okay. Ich gebe dir ein Update. Der Kunstrasen ist eigentlich cool. Der platzt auch gar nicht so groß. Also... Und der ist ein bisschen nass durch den Regen. Das sind eigentlich gute Bedingungen. Die Jungs sind ready. Also werden ready gemacht. Die Gegner, die sind am Rauchen. Ich sage euch ehrlich, also eigentlich müssen wir nicht weiter wegkauen. Werden wir auch, glaube ich. Ja, mal gucken. Was sagst du, Bruder? Wir holen das. Auch wenn sie Spiele aus der ersten und zweiten wahrscheinlich dabei haben. Safe? Weil heute Samstag ist, ja. Wirklich? Okay. Und deswegen wird es ein bisschen schwieriger, aber unsere Qualität reicht aus. Egal, ja. Wir müssen holen. Machen wir jetzt mal eine Analyse von den Gegnern. Mal sehen, was sie so an den Schüssen können. Ja, nee. Quatsch. Ganz wichtig. Immer klar, wo über dem Ball der flach geht. Ja, nicht schlecht. Gute Mitnahme. Ah, ist gut. Die Jungs sind fertig. Bin ich mal gespannt jetzt. Der Büffel hinten dicker, der wird alles wieder richten. Pura, lass ich jetzt so sagen. Top Mannschaft. Top Ersatzbank. Sieht alles super aus. Der Gegner. Ja, die wollten halt ein Event draus machen aus der Sache. Dann kommen sie jetzt hier mit ihrer ersten und zweiten. Das muss euch mal ein bisschen motivieren heute, ja. Nicht euch untereinander ankacken. Falls mal was schief geht, ist nicht schlimm. Dann macht das dann das nächste Ding besser. Der Schiedsrichter hat gesagt, Zweikämpfe. Will er auch ein paar sehen. Da wird er jetzt nicht abweifen. Aber bleibt ruhig, ja. Hier nicht irgendwie wegen Meckern eine gelbe Karte kriegen. Das können wir nicht gebrauchen. Wir laufen ein mit kleinen Kindern. Wie süß. Bara, komm mal her. Bara, soll ich gar nicht. Komm mal rein. Das ist eine einzige Katastrophe. Ich habe mich unter den Baum gestellt, aber... Kommt durch. Bara, Jungs? Ja. Was sagt ihr? Moin. Moin. Sehr gut. Ist das wieder... Bist du falsch ärgert, dass du gekommen bist, Bara? Bara, ist schon. Bara, ist schon. Bara, ist schon. Bara, ist schon. Bara, was macht ihr, ja. Gib meine Hose. Aber das ist gar nicht echt was, Bara. Sag ich schon. Bara, ist ja, Bibi. Aber jetzt... Bara, war gar nicht so sehr ehrlich. Bara, war richtig gut. Vollgeist? Leute, wenn ihr gutes Vollgeist-Gameplay sehen wollt, geht weiter. So, bei mir vorbei. Bei mir vorbeigucken. Ese. Sorry, Alter. Ja. Ja. Pech haben wir natürlich auch gehabt. Mal Pfosten getroffen. Mal Alis Ding von der Linie weggeköpft und so. Hätte auch höher stehen können. Wir hätten aber auch schon uns eingefangen können. Aber versuch, erstmal Arschloß hinten erstmal den Ball sichern. Und wenn die beiden nachbeugt, dann steckst du ihn weg. Machst du heute eine Bude? Bruder, ich hoffe, dass ich aushalte. Ich bin krank. Wann kommst du rein? 15 Minuten oder so. Ich merk wohl, dass ich gar nicht Luft nehmen holen kann. Nur so ein bisschen rein. Aber sonst? Du hast nur ein bisschen Schuppen. Kein Fieber oder so, wa? Stark, Junge. Komm, Junge. Sehr heiß. Ja, sehr schuld. Zwei Wochen nicht gespielt. Noch kein Tor heute. So, auf. Ein paar Liegestütze, Bruder. Machst du denn? Machst du denn? Machst du denn. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Okay, reicht, reicht. Der Pump reicht. Reicht der Pump, ja? Ja, reicht, reicht. Von der Sache her ganz gut. Hätte vielleicht ein bisschen durch den Regen und so. War es ein bisschen schwierig, denk ich mal, zu spielen. Ja. Aber sonst war ein sehr super Spiel. Perfekte Spiel. Echte App. Sehr gut. Habt ihr alle untergeladen? Sicher. Jede Woche am Turnieren. Abonnieren. Liken. Glocke aktivieren. Onlyfans abonnieren. Sehr gut, sehr gut. So, wir gehen jetzt mit den Jungs was essen. Das Spiel erfolgreich gewonnen. 6-1. Es war noch ein Tor kassiert, aber gehört dazu. Kann man nicht ändern. Sieg ist Sieg. Super Leistung von den Jungs. Wir gehen jetzt hier zu Osteria, Colacino, in der Grollmannstraße. Könnt gerne vorbeischauen. Wirklich bester Italiener Berlins. Mit Ali, Sid, Sherb. Zeigen euch mal, was wir da so alles essen. Wir sind auch schon da. Suchen Parkplatz. Haben auf jeden Fall richtig Hunger. Beste Italiener. Nice. Let's go. Habt ihr Hunger? Nein. Wirkliches, Dicker. Unglaublich. Das ist es. Ich mag alles rein. Ich hab heute neue Packung Milchstätte gekauft. Zehnerpacks. Knoppaas oder Hanuta? Knoppaas. Ich bin gerade Hanuta. Ich bin Knoppaas. Nein, Bruder. Geht gar nicht. Es geht gar nicht. Es geht gar nicht. Knoppaas ist unglaublich. Ich schwöre, geht gar nicht. Und wenn du sagst Hamburger, würde ich schießbar werden. Ja, stimmt. Unglaublicher Vergleich. Ich schwöre, unglaublicher Vergleich. Normale Kinderriegel. Diese normalen Kinderriegel im Kühlschrank. Die kleinen im Kühlschrank. Und dann knack ich. Ja, Dicker. Mach mal geil. Raphael oder das? Raphael oder Raphael? Raphael oder Raphael? Boah, ganz klein. Bruder, Giotto, safe. Brrf. Ich hab sogar drei Stangen am Stück. Bruder, Giotto. Und tack, 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 tack. Lasagne? Ja, cool. Bancarier, stark. Lachs? Ich brauch zum ersten Mal Lachs. Ich bin gespannt. Ich bin jetzt zu Hause. Wir haben gut gegessen. Ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like da. Abonniert den Kanal. Würde ich mich sehr freuen. Wir haben jetzt schon die 31.000 Abonnenten. Vielen, vielen Dank dafür. Checkt alle anderen Kanäle ab. Sind alle in der Bio. Bross.